Jetzt auf die Strecke gefahren ist. Alesi ist auch in der Wiese. Oh, und steht. Aber das sieht nach einem nicht planmäßigen Halt aus, nachdem er gerade die momentane Bestzeit gefahren hatte. Ja, und das steht. Das sieht nach dem Motor abgestellt aus. Und Vorderrad krumm, oder sehe ich das nicht? Ja, das ist krumm. Ja, hat er den Randstein erwischt, dreht sich. Und schlägt an. Oh, das sah von dieser Seite richtig harmlos aus. Ich glaube, der Frontflügel ist hinweggeflogen da. Das ist Leo Rez, der da im Funk-Contact steht. Mit seinem Pilot. Ja, der Frontflügel wird wohl weg sein. Also ich sehe keine Seitenplatten mehr. Das ist das Teil. Bis zum nächsten Mal.